Im letzten Video sagte ich... ...wichtig, wenn ihr euch einmal dafür entschieden habt, hier einen Punkt reinzusetzen, dann könnt ihr das nicht mehr ändern. Ehre den Sindurai. Ist ja gut, hast ja recht. So, also, ähm... Du bist trotzdem eine Ziegegnome. Also, was der Gnome uns hier zeigen wollte, war, es geht doch, aber warum ihr es dennoch wahrscheinlich nicht machen werdet, oder, äh, lieber lassen solltet, ist folgender Grund. Man kann diesen netten Herren hier, das steht hier rum, also man kann tatsächlich seine Boni zurücksetzen, mit einem Hindernisgrund. Erstmal gibt es dann in der Schmiede die oberste Schmiedewache, mit der ihr die Talente zurücksetzen könnt, aber, wenn ihr das macht, dann... Jetzt müsste eigentlich so ein Songgeräusch kommen oder sowas. Ähm, benötigt ihr Artefaktmacht. Und zwar kostet das Zurücksetzen, momentan noch hier, kurz vor dem Release, genau so viel, wie ihr brauchen würdet, um den nächsten Skillpunkt zu setzen. Und das sind mal eben 8.830 Artefaktmacht. Wenn so ein Schatz ohne weitere Boni etwa 20, 15, 20, manchmal auch 30 gibt, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist in der Theorie möglich, das alles zurückzusetzen, was natürlich bei so viel Artefaktmacht wenig Sinn ergibt, dann setzt man das doch dann lieber woanders rein und geht in der Zwischenzeit schon mal, äh, fahren. Es braucht immer genau die Artefaktmacht zum Zurücksetzen, die ihr auch für den nächsten Rang benötigt hättet. Naja, gut, der Fehlergnom hat sich eingeschlichen, ähm, äh, scusi, scusi, und, ähm, naja, man kann halt in 17 Minuten das nicht so schnell zurücknehmen. Ich war aber sehr verwundet, ich weiß immer noch nicht, warum der jetzt erst hier sichtbar ist. Vielleicht kam der ja heute erst rein. Oder auch nicht. Hab gehört, den gab's schon länger. Ähm, ja, ne, entschuldige dich bei den Leuten und sag, das machst du nie wieder. Böser Gnom. So, bis zum nächsten Mal.